warum ist das hier so unnötig ich weiß es nicht ob die vielleicht noch irgendwas geplant haben hier sind jump and run spiel ja wobei ich kein freund von jump and run bin ich aber nicht so ich glaube ich bin einer der wenigen menschen auf der welt der super mario nicht mag so jetzt ist vorbei jetzt kann ich meine streamer karriere an nahe legen bevor sie angefangen gleich fertig es endete bevor es anfing wie kann man nur super mario ende vom anfang ja ich finde die spiele das ist alles nur noch dasselbe es ist immer dasselbe es ist immer nur so ein bisschen erneuert das alte für ein super super nintendo ja das von der hopp hier im stein siehst du das wird sagen das ist kein stein der hat das geschissen hier der lag im stein der hat ein bisschen verstopfen gehabt würde ich mal sagen ich will so ein helm mitnehmen ich würde unbedingt von helm haben ich glaube man sollte den entwicklern mal schreiben dass sie diese helme einführen sollten ich meine die sind ja da müssen ja nur noch dazu gebracht wer das was anziehen kann gibt es eigentlich mods wie für minecraft und so weiß ich gar nicht da geht es einmal lang und es geht einmal hier hinten lang ich bin jetzt hier und da geht es auch noch mal nach ach du scheiße hier geht es durch den schlitz und geht es hier hoch wie hoch tot lass uns erst mal lass uns erst mal hier lang holand bei dir hier einfach hier lang ok so liegen hier stickys rum geht es nicht lang immer genug hat hier geht es ein schlitz und ich glaube sie geht es nach draußen die dinger die wir machen mittlerweile gar nichts mehr mein spiel aber die machen mir was ach wir sind ja rot die aufnahmen unterbrechen ja warum ruckelt warte warte kann weitergehen du hast einen besseren rechner als ich es ich glaube es hat irgendwas mit dem spiel zu tun das hat nichts mit oder mit obs also es hat nichts mit die aufnahme ruckelt nicht das spiel oder mit obs in verbindung mit der grafikkarte die du hast ich weiß nicht haben die grafikkarte haben viele das machen ich glaube ich es irgendwas mit dem spiel weil sobald gegner kommen ich kann machen was ich will können bauen was ich was wir wollen alles aber sobald ein gegner in die nähe kommt hängt sich das komplett auf 10 also obs nicht das spiel sondern obs ok 10 fps gegner oder so ja so ähnlich nimmst du jetzt eigentlich in full hd oder in 2k auf immer noch in 2k probierst du mal in full hd bei der nächsten aufnahme wie sieht es aus ja das ding ist ich habe jetzt schon ich habe die möglichkeit 2k aufzunehmen bisschen dachte ich mich wohl jetzt das maximum aus dem was meine rechner hier macht aber wenn es wenn es ruckelt dann macht sie keinen sinn hier gibt es einen kassettenspieler warum habe ich habe alkohol wird ich habe alkohol getrunken ich gebe gut wo gibt es einen kassettenspieler ja da hier irgendwo lag der wie rum aber wir haben ja schon kassettenspieler ja ich finde auch keine metzger outfit lasse ich an da unten war nichts das habe ich jetzt eigentlich an mutanten rüstung klamotten ganz normale straßenkleidung und so ich finde es immer so blöd dass diese höhlen so groß gemacht wurden sind aber eigentlich eigentlich nichts zu holen gibt eigentlich keinen inhalt haben dann ich denke man das soll einfach spielzeit generieren das soll frustrieren einfach spielzeit generieren man läuft die höhlen ab und dann gibt es nicht das ist aber bei vielen spielen wo höhlen sind bei ich sag jetzt mal bei den pokémon spielen zumindest bei den alten war das auch so riesige höhlen du wolltest eigentlich nur schnell raus hier gibt es ein spiel spielzeit ein teil von der figur beim spielzeug naja den kopf so es kann man entweder rechts oder weiter runter gehen wir erst mal rechts hoch oder ich lauf einfach du sagst auch gehen wir erst mal recht hoch wir kommen glaube ich doch nicht lass uns erst mal runter wir kommen da oben wieder raus wo wir her gekommen sind das ist so das dreht sich im kreis eigentlich müssten wir hier lang wenn es hier mein licht war aus dann gehen nach haus ja seit mal nie sei lieb siehst du das loch da hinten also nicht sein polo sondern na toll dankeschön welches loch wenn du dahin guckst siehst du das leuchtet so hell durch als wäre da ein ausgang da hinten ja ja sehe ich okay ach du von vorne ich von hinten total geil was was machen wir acht das war bestimmt so eine wasserreflexion oder so hier geht es auch noch mal hoch da geht es noch mal runter und da hinten geht es auch noch mal lang und mal erstmal hoch hier waren wir anscheinend hören oder gibt es hier nichts noch gar nichts kassette gesammelt ja auch gerade ja ich glaube hier waren wir nicht oder sonst hätten wir die kassette schon mitgenommen aber hier die koffer waren auf guck mal hier es gibt es hier hier geht es hoch bei mir ich glaube wir werden nie wieder zurückfinden wir müssen noch zurück den ganzen weg wir haben hier oben ist ein bild von einem roten mann und vermutlich timi oder der rote mann der rote mann aus dem flugzeug ja das bild im wasser ist das bild und im wasser ja da unten in der ecke rechts ja auch so klappstuhl der rote mann der timi entführt hat und timi hatte ein spielzeug dabei natürlich jetzt die rote farbe ab er bei mir auch noch gar auf der linie getaucht gerade mal ich mache mir ein bisschen cocktails ja damit ich mal noch ein bisschen alkohol mitnehmen kann okay das war soweit alles zum alkohol also auch ein bisschen bescheuert ist du hast ein feuerzeug wird unendlich aber hast ich weiter nachdenken drüber nicht weiter nachdenken das ist alles pur realismus jetzt mal im ernst du hast aber bei deinem bei seiner taschen batterien die alle gehen das war nicht schlau ja ist halt so ist das hier laut was gibt es hier hier brauchst du nicht hinzukommen hier gibt es gar nichts wo brauche ich nicht hinzukommen hier zu mir ich tauche hier mal in das loch gerade rein komm ich meine mich zu erinnern dass wir damals wo wir hier schon mal waren eine große enttäuschung erlebt hatten aber wer weiß jetzt aktiv runter ich habe mich mal viel sauerstoff ja geht tief runter münzen findet man münzen 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 kann ich dir eine sauerstoff flasche geben müssen wir habe ich dabei ich kann so nicht drüber ziehe also jetzt hier um wechseln quasi ich wechsle so gleich dann muss ich später nicht mehr machen jetzt ist mir kalt die kannibalen stillen weil die auch nicht so weil ihre ausdauer auch immer so schnell runter geht und so schnell frieren deswegen sind die so aggressiv weißt du ja hört sich sehr logisch an ist pure logik ich wollte gerade irgendwas machen war da brauchst du wärme noch von mir ich bewahr bin heiß wo du bist ein warmer kam wieder jetzt her ja komm da ist nur willchen ja hier waren wir da waren wir hier auch schon ich blick hier nicht durch ich blick hier nicht durch da sind die höhlen in minecraft übersichtlicher ja es ist echt micro kannst du dir auch zur noten selber irgendwie durchgang graben zur not kommst du minecraft nach oben da kommst du irgendwann immer raus oder stößt auf den labersee oder so komm 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 ja ich bin durch gedrungen ich bin eingedrungen also wir gehen in zwei verschiedene richtungen ach so wo bist du hier bis einfach abgehauen ja du bist dort den fels hoch gerannt fand ich ein bisschen ja aber wieder den fels da waren durchgang was so ja ich habe hier auch was entdeckt ich habe da auch gerade eine treppe runter treppe sei ich ein seil runter entdeckt ich habe ein seil nach oben dann lass uns kurz das nehmen und dann das runter ich glaube ich bin da wo wir her kam ich bin hinter dir ich glaube wir kamen von hier ja 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 seil runter hauptsache wir sind zwei verschiedene wege gegangen sind beide daraus gekommen hatte man hier ging doch angeht der war nichts alle wege für nach oben ach hier sind wir jetzt wieder feldermäuser an der decke was süß verpisst euch ich glaube war es hier als rache für das erstrecken immer ja hier wollten wir noch lang da war vor allem mal wo waren das seite war kann man die lassen es jetzt nur kurz das seil nehmen wir kamen hier kommen wir hier kommt mich geradeher glaube ich ich sehe dass du hier geradeher kommst ich lauf hinter dir nicht sein muss muss siehst du immer ein seil irgendwo war ein seil hier waren wir gerade hier haben wir die leute typen gekillt hier ja den weg bin ich jetzt gegangen vorhin wo war denn hier das seil ich werde verrückt hier in dieser höhle er wird verrückt vom schiff drücken tut mir schon ah nee warte hier bin ich hochgegangen sorry 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 guck dich mal irgendwo gegen ein seil nach unten hier geht es wieder raus ich guck mal wo es hier raus geht ich mache bald ein fernstudium zum karten lesen in diesem spiel hier war mir schon höhlen studium er zur not müssen wir halt wieder da rein wo wir gekommen sind laufen draußen wieder zu diesem kannibalendorf also hier liegen die toten kannibalen wo ich gerade bin okay ich habe ein seil nach unten entdeckt vorhin aber ich finde es jetzt nicht weil dass ich habe einen kleinen höhlensee entdeckt da waren wir vorhin auch da gibt es aber nichts anderes nur ein seel sicher ja ich bin ich bin gerade abgeschwommen quasi da war nichts jetzt habe ich kann sie zu mir kommt wo ist zu mir kommen wo ist das einfach meinen namen nach wenn man dann immer deinem namen nach ja so in meiner richtung keine ahnung muss ich weiß nicht genau welcher eingang was ich will hier nicht weg gehen weil ich das muss wieder gleich verdient ja ich komme ich komme ich komme ich komme ich mich kenne wo war denn die kettensäge weißt du das noch das weiß ich leider nicht mehr auch erst mal hier eine fackel hast du meinen donald duck gesehen hast mir geschickt sie cool aus bin ich ganz stolz darauf auf die sein mein pikachu ist mir nicht so gelungen am schlimmsten ist mein mein minion finde ich naja du bist du wie komme ich denn zu dir okay ich höre gegner ich auch wie sie sein gutes zeichen genau kommt kommen wir meine richtung da ist auch ich hoffe ich hoffe dass ich nicht verliere hier jetzt ist voll die enttäuschung einfach so eine sackgasse ich komme als einmal mikro und das soll mal einer finden ja 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 deswegen hat bestimmt wieder die klinge gebaut ich war furchtbar furchtbar ist so eine richtige kevin höhle und immer dieses seil gewurte geht es nur in eine richtung brauchst du ein paar in einem lager hier waren wir noch nie oder ich war ja noch nie ich glaube ich war hier mal auf der konsolenversion wie soll meine so viel dynamit mitnehmen ist die axt die ja geil und hier gibt es dokumente jetzt erstmal was und farbe und tape und 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 tape band klebeband tape ach so was haben wir alles hier gefunden moderne axt pinsel ja und man kann ihn auch nicht mehr aus das ist anscheinend ein symbol für farbe oder so ist es denn im winter nein ist wahrscheinlich nur ein symbol dass wir jetzt wieder farbe aufgetragen haben finde einen weg länger unter wasser zu bleiben wir haben das doch warum ist das nicht durchgestrichen ja ist ja gut